So, dann kommt er zu der Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir waren ja das letzte Mal Stingerbläden. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, was wir jetzt hier machen. Okay, dann gehen wir jetzt da unten und dann gehen wir hier rüber. Das ist zumindest so der Klart. Ob das so funktioniert, das werden wir sehen. Ich bin mir aktuell noch nicht so sicher. Du musst schon hinter mir herkommen. Na gut, jetzt bist du wieder zu spät. Ja, schon. Ah, guck mal da. What is that? Hier sind schon wieder solche komischen Beschützer. Weil auch immer die Beschützer. Okay. Wir haben zumindest keine Aufladung mehr. Sehr gut. Die lebenden Menschen des Prometheus. Könnte ihn appena nur leben, mein Haufen. Yo, yo. Okay, einen setzen wir erstmal auf der Fecht. Okay, der erste ist schon mal weg. Jetzt bist du. Hallo. Yeah. Ja, dich nehmen wir noch mit und dich auch. Tölich. Äh, das war sehr extreme Verschwendung. Ach, kaputt. Könnte. war böse böse euch hat das nicht gestört gibt es die lehmwänden menschen wo noch nicht oder sind die mittlerweile eine frage wo ist ein kopf so den haben wir dann auch erledigt also das haben wir so wo müssen wir jetzt die frage gehen wir schon hier hoch oder gehen wir erst in das teil der schlange das ist eine gute frage ich kann es euch aktuell nicht sagen ich bin sehr unentschlossen wenn er wirklich gute kommen wir gehen mal erst hier und dann nach links rüber das ist der plan ob das so funktioniert hat sehen wir dann ich muss schon herkommen Anstatt auf der anderen Seite auf der Straße zu reiten, reite ich natürlich hier im Gebirge. Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich sehe nichts. Warte, ich weiß, dass hier über mir ein Synchronisationsprojekt ist. Und das werden wir jetzt professionell erstmal tun. Jo! Hallo? Erstmal, erstmal hoch und sofort angegriffen werden von diesen komischen Leuten. Alright. Hat er nicht gemacht. So. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ne? Ich habe da nichts gegeben. Schmeck dir da einfach runter. Was geht bei dir ab, Alter? Ich würde gerne da hoch. Das kann ja Jahre dauern. So. Endlich. Äh. Sind noch ein paar Meter. Hier ist schon mal unser Haufen, wo wir gleich rein springen werden. Da hätte ich ja Angst, dass der mir nicht einfach unter den Arsch wegbricht, ne? Bin ich ja ehrlich. Aber hey. Lasst uns die Aussicht genießen. Oder proben. Wir sehen mal ein großes Gebäude. Ist da die Pythia. Und da ist eine Festung. Ja, super. Boah. Pssst. So, jetzt seid ihr da unten dran. Wie kann ich euch benüfflich sein? Äh. Da ist echt eine Riesenschlange. Aua. So, da ist schon mal eine. Ist denn da ein Bär? Ein Bär ist toll. Super. Nein. Lol. Wir haben LP noch gefunden. Okay. Ich bin hier direkt vor einem Eingang. Warum laufen die denn hier die ganze Zeit mit gezückter Waffe rum? Könnte mir da vielleicht mal jemand klären. Bestimmt nicht aufgefallen. So, jetzt komm mal mit. Hier hinten habe ich einen ganz tollen Platz für dich hier. Guck mal da. Oder haben die bemerkt, dass einer von denen fehlt. Warum? Warum? Einfach warum? Ähm. Das ist vor Knäppkiss. Eigentlich wollte ich den hier so ganz cool runterdrehen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Bye, bye. Bye. Äh. Äh, das ist jetzt sehr, ähm, belastend. Ja, ja, kommt mal her. Ich tritt euch nicht die Krippe runter. Sicher nicht. Komm ruhig mal hier hin. Ihr werdet hier auch ganz bestimmt. Jetzt habe ich den einfach ins Nichts gesetzt, den Tritt. Okay, wir müssen mal kurz hier weg. Hohohoho. Komm, springt da runter. So wie es euer Freund schon getan hat. Tun sie wahrscheinlich nicht, ne? Sogleich werdet ihr aber sowas von runter getreten. Könnt ihr aber sowas von annehmen? Könntest du dich vielleicht wegdrehen? Ja, klar. Und natürlich trifft sie mich auch sofort wieder. Ja, komm, mach den. Wo ist sie? Wo ist sie? Habe ich dich fertig gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, so weit brauchst du jetzt auch nicht. Hoch. Aber okay. Alles gut. Geh mal erstmal woanders weiter hin, ne? Ich wollte es euch nur gesagt haben. Bloß nicht sehen lassen. Ja, ja, ist mir durchaus so... ...bewusst. So. Haben sie eine Leiche gefunden? Die haben wir eine Leiche gefunden. Im Moment. Wo ist der andere hin? Ja, ja. Kommt ihr mal zu mir. So ist es doch. So. Was? Wieso? So, jetzt aber. Tschüss. Auch wenn das sich nicht mehr mit dem Leben gelohnt hat. Aber hey. Ich geh mal auf. Ihr Bitteschön. So. So. Das war ja gar nicht hart. Hast kein Problem damit, finde ich alles ausräumen. Nö, nö. Stimmt, nö. Bestimmt. Ey. Das ist doch hier alles... Warum kannst du nicht über das blöde Skilett streiten? Danke. Die Schlange ist echt groß, muss man sagen. So. So, jetzt müssen wir dich da oben irgendwie kaputt machen, ohne dass... Das groß Aufsehen erregt. Wäre zumindest best case. Und er hat uns natürlich instant gesehen. Was? Komm noch mal raus, da. Ist das nicht da hinschießen? Jo, das hat... Nee! Ist grad nicht passiert. Ist gerade nicht passiert. Das ist schon greif. So, Elpenor. Wer weiß denn, dass ich jetzt hier bin? Ja, komm. Ach du Scheiße. Was hat er gerade gesagt? Folge nicht dem Besseren. Super. Wir müssen den erstmal ein bisschen runterschießen. Und erstmal daneben schießen. Ist auch ganz wichtig. So, und jetzt kriegst du einmal das. Das ist nichts Persönliches. Aha. Meine Mutter ist das, hinter der wir hier sind. Aha. Nein. Meine Mutter ist es. Hat mir jetzt aber... Ich bin jetzt aber sehr persönlich. Jetzt schon persönlich, finde ich. was muss ich hier sagen. Ich muss hier mal beiseite. Ich muss hier mal beiseite. Ich muss... So. Reden. Idiot. Es ist ein Fehler, mich zu töten. Wir auf Kephalinia vertraut zu haben, war ein Fehler. Nur dann mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod. Was für ein Kult. Der Kult. Wo sind sie? Jetzt ist der Tod, meine Güte. Was ist denn das? Genau. Einfach mitnehmen. Sehr, sehr gut. Sehr gut. So etwas wie die kleine Scherbe, die El Pena bei sich hatte. zeremonielle kult des kosmos die schlange im gras einfach mal was abgeschlossen der hauptquest vor allem wo ich nicht mal wusste die da ist sehr auch wenn das ein bisschen ranzig aussieht aber hey so weit war das jetzt im zeremonielle luft des kosten des kultes des kosmos alter alter oder ist das mysteriöses fragment ja das richtig so dann können wir uns jetzt hier mal das ganze zeug abgeschlossenen schlangen tempel sehr gut oh man oh man kann man jetzt schon wieder kommen und besser bohden den nehme ich doch auch gern okay beim nächsten mal sind wir weiter das wird noch sehr interessant habe ich das gefühl ja und müssen mal gucken wir da noch und da und dann gehen wir hier entlang nach hier und dann wird es höchstwahrscheinlich sehr interessant weil mit dem orakel zu sprechen ich glaube wird schon ganz cool ja ich hoffe euch hat es gefallen und dass ihr auch beim nächsten mal der einschaltet und ja das gerne in verwertung darf das hilft mir sehr und ja ich bin aber festgestanden bis zum nächsten mal tschau bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal